Ja, ich würde hier echt so gerne diese blöde Achterbahn jetzt hier bauen. Wo war die denn jetzt? Nein, da war sie nicht. Holender Donner, da ist das. 13.000, da brauchen wir noch ein bisschen. Goldnuggets. Aha. Naja, Essen haben wir ja. Man weiß, ob das so gut ankommt wie so ein Burger. Aber ich hätte schon ganz gerne jetzt mal eine Achterbahn. Sandig, mir ist schlecht. Ja, Kami. Muss ja nicht so oft drauf gehen. Topspin wird gerade gewartet. Ne, Notabschaltung. Naja, passiert. Und jetzt gießt es mal wieder wie aus Eimern. Ich habe es ja mal von Deutschland gewohnt. Und bei der Engländer haben es ja noch schlimmer als wir. Die haben ja noch mehr Regentage. Hier war gerade ein Luftballon. Sag ich doch. Sogar zwei. Oh, was können wir denn noch bauen? Ich würde so gerne was bauen. Aber wir brauchen das Geld. Das hier war eine Fehlinvestition hier. Der Scheiß. Guck, da reise ich auch wieder ab. Weil die kleinen Kinder, die freuen sich. Na, aber es hat nicht die Mehrheit. Oh, diesmal ist das echt leer. Ist ja nur einer drauf. Ja, ich weiß. Wir haben dich schon wieder nicht zufriedengestellt. Na ja, gut. Ja, Studiotour ist auch momentan nicht mehr sehr zuverlässig. Aber was soll man machen? Ja, der Teil ist da. Ich bin noch nie mit diesem Teil mitgefahren. Hm. Ich will die Achterbahn bauen. Ja, das haben wir geschafft. Schon ganz, ganz lange. Ja, ich weiß. Nicht zufriedengestellt, weil keine Achterbahn da war. Was soll ich machen? Na? Wann kommt die das nächste Mal wieder? 27. September. Willen die mich verarschen? Ist ja schon bald. Ja, liebe Leute. Was können wir machen? Hm? Was können wir machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wir können höchstens das Ganze nochmal ein bisschen vorspulen hier. Wenn wir ungefähr wieder an die 3000er Marke kommen, dann können wir nochmal 10.000 aufnehmen. Krokodil-Balons, ne? Die, äh... Hey! Ich will die doch kaputt machen. Äh, bauen wir jetzt nicht. 2.500 Euro. Da muss mehr reinkommen. Ha, wie es mal klappert. Haha. Hey! Die ganzen Ballons. Ja, 2700. Und ich denke mal, wenn wir mal so 3000 haben, dann können wir mal einen Kredit aufnehmen. Denn ich will den jetzt noch nicht aufnehmen, denn wir müssen ja Zinsen zahlen. Und... Zinsen heißt, da geht wieder Geld weg. Deswegen... Aber die Leute, die kaufen ja ein. Mini-Hubschrauber. Was ist das denn? Naja, mal gucken, was das ist. Hm. Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich hier. Nee, doch nicht. Bob. So, 3000 haben wir jetzt. Ich weiß, die haben wir jetzt nur bekommen, weil wir beschleunigt haben, aber... Ich will das Ganze ja auch nicht jetzt so, wer weiß, wie in die Länge ziehen. So, das war, glaube ich, direkt das erste hier. Rollener Donner. 13.386. Ach, ich sollte erst mal, ähm... Kredit aufnehmen. So, jetzt noch ein bisschen Mani, bitte. Ein bisschen Mani. Kommt. Für diese Achterbahn jetzt haben. Wäre schön, wenn wir die da auf dieser Fläche da bauen können. Vielleicht schaffen wir das ja doch, bis der VIP kommt. Wäre toll. Mach mal ganz noch mal was schneller. Kommt nicht auf die... An die Dinge ins Hirn, ne? Knallt immer wieder nach unten. Die, die Knallt immer wieder nach unten. Das ist echt genial. Also genial nicht, aber... Jetzt können wir das bauen. Okay, da kriegen wir das nicht hin. So, dann drehen wir das Ganze. Oha. Ja, ich habe es mir doch irgendwie einfacher vorgestellt. So könnten wir das bauen. Und dann so irgendwie einen Weg runter. So kostet das 13.400. Doch, die haben wir. Jetzt haben wir zumindest hier schon mal die Achterbahn stehen. Und jetzt braucht man natürlich noch Geld, damit wir hier den Weg bauen können. Aber das dürfte kein Problem werden. Denn es kommt ja Geld rein. Bauen wir aber zuerst den normalen Weg. Nehmen wir mal Sand. Oh. Minus. Wir sind im Minus. Ganz schnell bitte wieder raus. Ach, ich muss mir gerade anders hin setzen. Fuß ist eingeschlafen. Kommt, Leute. Ja, jetzt haben wir eine Achterbahn und können das nicht fertigstellen. Auch nicht schlecht. Mach mal das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Oh, ein Weg konnten wir bauen. Das ist normale Höhe. Nein. Scheiße, haben wir natürlich wieder Geld verloren. Ich genügend Geld. Okay, das müssen wir nochmal rückgängig machen. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Irgendwie. Ja, der VIP kommt in einer Woche. Ich hab ja... Nein. Jetzt haben wir wieder Minus eingefahren. Nein. Komm, jetzt macht Leute. Mit der VIP jetzt hier hinkommt. Ich hab nicht genügend Geld, einen Weg zu bauen. Lol. Was war das denn jetzt bitte für eine Aktion? Du wirst nie mehr in dieser Stadt arbeiten. Hatst du die nicht mehr alle? Wie sieht das eigentlich mit meinen Mitarbeitern aus? Obwohl, ich kann da jetzt gerade sowieso nichts machen. Oh, oh, oh. Ich hab kein Geld. So, dann müssen wir das jetzt nur noch anklemmen. Machen wir das hier so. Um Geld zu sparen. Und wir können ja hier schon mal... Ja, diese Achterbahn wird dementsprechend jetzt auch kosten. Machen wir mal 6 Euro. Boah, Minus haben wir. Das ist natürlich heftig. Und uns gehen die Mitarbeiter aus. Immer noch im Minusbereich. Das war keine gute Idee, glaube ich, von mir, das so zu machen. Keine gute Idee. Wir kommen auf keinen grünen Zweig hier. Bringst du eigentlich irgendwas... Oh. Irgendwas einweitig gerade fragen, aber... Naja, wir müssen jetzt hier mal anfangen... ...den Weg zu bauen. Und damit wir jetzt... So, in der momento, noch, Vielen Dank.